In der heutigen Zeit ist es immer wichtiger, auf unsere Zahngesundheit zu achten. Aber selbst bei guter Pflege kann es vorkommen, dass wir einen oder mehrere Z-Ani verlieren. In solchen F-A-Len kann ein Zahnimplantat eine gute Lassung sein, um fehlende Z-Ani zu ersetzen. Aber kann in Zahnimplantate auch mehrere fehlende Z-Ani ersetzen? Zahnimplantate sind K-1-Viertel in ästliche Zahnwurzeln, die in den Kieferknochen eingesetzt werden, um einen fehlenden Zahn zu ersetzen. Sie sind eine dauerhafte Lassung F-A-1-Viertel-R fehlende Z-Ani, da sie fest im Knochen verankert sind und wie nateinviertel-riche Z-Ani funktionieren. Aber kann in sie auch mehrere fehlende Z-Ani ersetzen? Die Antwort ist ja, Zahnimplantate kann in auch mehrere fehlende Z-Ani ersetzen. Es gibt verschiedene Arten von Implantaten, die je nach Bedarf eingesetzt werden kann in. Wenn mehrere Z-Ani fehlen, kann in sogenannte Implantat getragene Bra-1-Viertel-Zeten oder Implantat getragene Prothesen verwendet werden. Implantat getragene Bra-1-Viertel-Zeten werden verwendet, wenn mehrere nebeneinander liegende Z-Ani fehlen. Hierbei werden mehrere Implantate in den Kieferknochen eingesetzt, um die Bra-1-Viertel-Zekai zu stabilisieren. Die Bra-1-Viertel-Zekai besteht aus mehreren einzelnen Kronen, die auf den Implantaten befestigt sind und somit die fehlenden Z-Ani ersetzen. Implantat getragene Prothesen werden verwendet, wenn ein Groheierteil oder alle Z-Ani fehlen. Hierbei werden mehrere Implantate im Kieferknochen platziert, um eine Prothese zu befestigen. Die Prothese wird individuell angefertigt und auf den Implantaten befestigt, um wie Nata-1-Viertel-Riche Z-Ani zu funktionieren. Durch die Verwendung von Zahnimplantaten kann in nicht nur einzelne fehlende Z-Ani ersetzt werden, sondern auch mehrere fehlende Z-Ani. Implantat getragene Bra-1-Viertel-Zeken und Prothesen sind eine sichere und effektive Lassung F-A-1-Viertel-R-Patienten, die unter Zahnverlust leiden und ihr Latschellen und ihre Lebensqualität verbessern Matschden. Vorteile von Implantat getragenen Bra-1-Viertel-Zeken und Prothesen im Vergleich zu herkammlichen Lassungen wie herausnehmbaren Prothesen oder festsitzenden Bra-1-Viertel-Zeken sind unter anderem die verbesserte Kau- und Sprechfunktion, die Nata-1-Viertel-Riche Arztetik, die langfristige Haltbarkeit und die Erhaltung des Kieferknochens. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht jeder Patient F-A-1-Viertel-R-Zahnimplantate geeignet ist. F-A-1-Viertel-R Die Implantation von Zahnimplantaten ist ausreichend Kieferknochen erforderlich, um die Implantate stabil zu verankern. Auch die allgemeine Gesundheit und Mundhygiene des Patienten spielen eine wichtige Rolle bei der Eignung F-A-1-Viertel-R-Zahnimplantate. Vor der Entscheidung F-A-1-Viertel-R eine Implant abgetragene Bra-1-Viertel-Zekai oder Prothese sollte daher eine G-A-1-Viertel-Endliche Untersuchung durch Gefahr-1-Viertel-HRT werden, um die individuellen B-A-1-Viertler-Fnisse und Voraussetzungen des Patienten zu B-A-1-Viertel-G-Sichtigen. Ein erfahrener Zahnarzt kann eine fundierte Diagnose stellen und die passende Behandlungsempfehlung geben. Insgesamt kann in Zahnimplantate eine effektive Lassung F-A-1-Viertel-R den Ersatz mehrerer fehlender Z-A-Neh sein. Durch Implant abgetragene Bra-1-Viertel-Zeken und Prothesen kann in Patienten ihre Zahngesundheit wiederherstellen, ihr Latzschellen verscharnieren und ihre Lebensqualität verbessern. Es ist wichtig, sich von einem erfahrenen Zahnarzt beraten zu lassen, um die beste Behandlungsoption F-A-1-Viertel-R individuelle B-A-1-Viertler-Fnisse zu finden.